Es geht weiter mit Evolve. Ich bin ja dabei, euch die verschiedenen Klassen, Charaktere, Monster und Spielmodi vorzustellen, die so Evolve bietet. Und spiele dazu ja auch jeweils was, damit man ihnen das, was ich vorstelle, auch in Aktion sieht. Und das letzte Mal habe ich mit Markov gespielt, eine Sold. Diesmal will ich aber mit richtigen Leuten spielen. Ich freue es wahrscheinlich jetzt schon. Man kann halt, wenn man mit richtigen Leuten spielt, muss man halt auf Multiplayer gehen. Klar, da kann man dazu aussuchen, was man möchte und sich eine Reihe machen, in welcher Reihenfolge das bevorzugt werden soll. Und auf Platz 1 ist halt Trapper, Support, Assault ist auf 3, Monster und Medic halt ganz zum Schluss. Ich hoffe, ich werde kein Medic. Ich werde sowas von versagen. Aber naja, es ist ja, um euch zu zeigen, wie das halt geht. So, ich hoffe, ich joine nicht mitten in ein Spiel. Dies wäre einfach doof. Okay, ich bin Trapper. Eigentlich spiele ich Trapper gerne Griffin. Ich werde euch aber jetzt erstmal Maggie vorstellen. Die Maschinenpistole, die ganz normalen Schaden macht, Harpunenfallen, die kannst du platzieren. Und dann, wenn das Monster in der Nähe ist, hält es ihn fest, bis das Monster es wegschlägt. Dann haben wir unser Haustier Daisy. Das können wir halt nicht irgendwie benutzen oder Sonstiges. Und natürlich die Arena, um das Monster drin zu fangen, damit das nicht raus kann. So, und was nehmen wir diesmal? Wir nehmen... Nehmen wir mal die Geschwindigkeit einfach mal. Die Mädchen in meiner Siedlung haben sie füreinander gemacht. Was? Du starrst dauernd meine Halskette an. Als wir klein waren, haben wir die gemacht. Geht mich nichts an. Nicht meine Sache. Wollte nicht neugierig sein oder dich wütend machen. Hast du Angst vor mir, Hyde? Was? Ja, diesmal sind sie auch gesprächsfreudiger. Genau. Ähm, der Trapper ist halt dafür da, um äh, das Monster zu fangen, aufzuspüren. Fallen aufzuspüren. Oh, ist doch schön, wenn man ein bisschen schneller ist. Sehr, sehr schön. Seht ihr das? Wie ein großer Pfeil, der auf das Ziel zeigt. Tatsache. Der hat aber schnell Vögel aufgeschreckt. Was für ein Vorteil? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Was? Was machen die denn schon wieder? Ach Gott, das spammt aber jemand. Gewaltig. Ah, ich bleib hier hängen. Los! Wo ist es? Ist es drinne? Nein, ist es natürlich nicht drinne. Toll. Oh, super. Genau dann, wenn ich spiele, das erste Mal, dass ich das Monster nicht in der Arena fange. Ich hab die Panzerung geschwächt. Wenn das nicht reicht, was? Wechsel auf Schadensverstärker. Hohl, Boss. Der Verstärker ist echt hilfreich. Bist du. Oh, Scheiße, genau rein. Oh Gott, jetzt zeigt sie, wie mies ich eigentlich bin. Meine Arena ist halt immer noch nicht so weit. Aber gleich ist meine Arena. Meine Arena ist so weit. Ich bin echt mies mit Maggie. Mit Maggie ist es echt schlimm. Hilfe brauchen. Ich bin verlässt. Ich habe dein Leben verlängt. Wir haben keine Scheibe. Wir haben keine Scheibe. Wir haben keine Scheibe. Fah, fuck, 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 fuck. Oh, hier ist einer, der die ganze Zeit nur rumspammt. Hilfe! Das hört man ja gerne. Verdammt. Verdammt. So knapp. Das wird nichts. Ah, ich muss abhauen. Bin ich? Lebe ich noch? Äh, ja, ich lebe noch. Aber wer lebt noch? Wow. Nein. Nein, wir dürfen nicht sterben. Wir dürfen nicht sterben gegen jemanden, der Brains heißt. Scheiße, wir werden aber sterben. Das ist doch mein... Das war mein schnelles Spiel. Wow, das hat sich aber gelohnt. Ich kann doch nicht mal was über Daisy erzählen. Oh, ist das herrlich. Ja, bei Daisy ist es halt so, dass Daisy die Spur aufnimmt, den kürzesten Weg nimmt und alles, um das Monster zu finden. Also Daisy ist halt die Möglichkeit, um das Monster überhaupt ausfindig zu machen. Und ja, jetzt haben wir mit Maggie erledigt. Es war eine kurze Folge gewesen, aber naja, ihr habt sie ein bisschen jedenfalls kennengelernt. Mein Fall ist es nicht, wie man gemerkt hat. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Tschüss, eure Thay.